We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the dream, I don't think they dream in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers then they... Ich hab ja letztens einen Kumpel von mir gestreamsniped, ich denke mal viele von euch haben das Video schon gesehen und es haben einfach so viele in die Kommentare geschrieben, dass ich das gleiche mal bei jetzt ACTV machen soll. Ja, der rastet ja bei jeder Kleinigkeit aus, also ist perfekt bei ihm. Also er streamt auf jeden Fall auf Twitch, er hat mich auch vorhin gefragt, ob ich mit streamen kann, also ob wir zocken können, aber ich hab gedacht, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt und ich hab ihm einfach gesagt, dass ich noch rausgehe, also keine Zeit hab. Also er streamt auf jeden Fall jetzt das erste Mal auf seinem neuen PC, also er hat mega viele Probleme mit den ganzen Einstellungen und ich denke mal, wenn ich ihn jetzt noch streamsnipe, dann rastet er komplett aus. Das Ding ist, es sind gerade mega viele online, also ich hoffe auch mal, ich komm mit ihm in die gleiche Lobby. Okay, dann hab ich mir noch gedacht, ich werd auf jeden Fall hier den L-Dance auf jeden Fall reinmachen. Alter, der Tanz wird den, glaub ich, komplett provozieren. Und dann sehen wir uns gleich, hoffentlich in seiner Lobby. Bevor das Video beginnt, ich hab gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergisst nicht zu abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. So, ich hab's jetzt endlich mal in seiner Runde geschafft und er landet auf jeden Fall Lucky. Hey, da landen noch zwei andere. Fuck. MP, okay. Was? Gib ihn. Kommt er hier rein? Wo ist der hin? Der ist ja richtig zäh, Digga. Das ist ja eigentlich noch der grüne MP. Okay, der ist da vorne im Gebäude. Da ist er. Juch! Zwei auf einmal, Digga. Was wollen die? Wenn der mich jetzt holt, ne? Au, 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 au! Ey, Mann! Zwei auf einmal, Mann! Was ist das? Ja, komm, Digga, hör doch auf! Mit dir zu mir, wieviel beobachtet ich gerade? Ich hatte so Angst, dass er mich holt, wenn er mich geholt hätte. Ich hätte direkt Video ausgemacht. Nein! Ich bin so dumm. Ich habe Anonymmodus vergessen auszumachen. Nein! Ey, Mann! Wer landet auch Lucky? Wer landet Lucky? Oh, 100 V-Bucks. Ja, wow, der kann ja gar nicht wissen, dass ich das war. Ja, okay, dann muss ich gleich noch eine Runde versuchen. Ähm. Leute, wo soll ich landen? Neo? Megamall? Ähm. Der eine sagt Snobby. Ja, Bruder, ja. So, und ich habe es mal wieder in seine Runde geschafft. Warum sind hier nur Nosekins? Und ich bin jetzt ein bisschen spät rausgesprungen, weil sein Stream ein bisschen verzögert ist. Er landet auf jeden Fall Salty. Nee, ich glaube, da landen viel zu viele. Fuck. Ey, hier landen so viele. Ey, wo soll ich überhaupt? Das ist Afka? Uff, uff, uff. Uff, Alter, da kommen auch keine. Ich muss erstmal runter, ein bisschen looten, muten. Oh, das war's mit da rum, ne? Ey, wie schlecht ist die Waffe? Ich habe die noch nie gespielt. Keine Kiste, Bruder! Keine Kiste, Lan! So, was geht bei ihm ab? Ja, okay, der ist im blauen Haus auf jeden Fall. Ja, komm, ich gehe einfach hin. Der Nussknacker. Wo ist er? Oh! Oh! Aber noch! Juch! Ey, Junge. Han! Schon wieder? Wieso hat jeder diesen Tanz, ma? Hä? Hä? YouTuber, Arian? Hä? Der ist doch... Der ist nicht online eigentlich. Das kann... Der ist online! Junge, bist... Nein, warte. Sprachmemo. Ich glaube es nicht. Killt der mich einfach! Der sagt erst, der kann nicht. Auf einmal macht der irgendwie Ding. Es zockt der auf einmal online. Ey, bist du gerade online? Du hast nur gesagt, du bist weg. Was soll das? Ich weiß nicht, soll ich was antworten? Obwohl, nee, komm, ich ignoriere ihn einfach. Okay, aber ich will ihn natürlich komplett zum Ausrasten bringen. Deshalb werde ich auf jeden Fall noch die ein oder andere Runde stream snipen. Aber ich würde sagen, ich nehme erstmal einen anderen Skin, damit er mich nicht direkt erkennt. Äh, ich nehme einfach mal den Fisch. Komm. Ja, noch eine Runde. Der antwortet nicht. Der antwortet nicht. Nein, keine Ahnung. Ja, das war der. Das war der. Der war online. Das sieht man. Einer landet mit mir. The Block, Alter. Ich glaube es nicht. Egal. Einer ist nicht schlimm, Bruder. Den berber ich direkt. The Block? Da war ich doch nie. Da unten ist er auch. Alter, das Schlimmste wäre natürlich, wenn er mich holt. Das wäre peinlich. Wo ist der jetzt gelandet? Oh, nice attack. Der ist doch ein anderer Gegner. Easy. Königstuhl, Alter. Oh, Baba. Okay, er ist auf jeden Fall da vorne irgendwo im Gebäude. Ich hole mir erstmal ein paar Metz. Oh, da ist auch eine Pump. Da kommt er. Äh. Hä? Tschüss. Tschüss. Ey, was ist das denn? Ey, Mann. YouTube, Arian. Schon wieder. Schon wieder. All'em geht doch weg, Mann. Ich schwöre, wenn du noch einmal machst, dann. Egal, du wirst sehen. Der macht einfach nochmal. Ich glaube es nicht. Der zockt nicht mit mir. Der macht lieber sowas. Der macht 100% Streamsnipe-Video. 100% der macht Streamsnipe-Video. Ich bin nicht dumm. Der macht es. Der macht es gerade. Ja. Was ich doch auch gemacht. Ja. Äh, Streamsnipe-Video? Also, ich weiß nicht, was er meint. Das Ding ist, ich habe neue PC. Ich kenne mich null aus. Der macht alles kaputt. Anstatt zu helfen, der macht sowas. So, ich müsste jetzt auf jeden Fall wieder in seiner Runde sein. Und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst. Das nur für Tests, weil vielleicht irgendwann. Irgendwann mache ich vielleicht nochmal. Ich lande auf jeden Fall hier. Irgendwann stream ich vielleicht nochmal. Also, falls ich ihn jetzt nochmal holen sollte. Er wird komplett ausrasten. Okay, Kartbank geht da auf jeden Fall. Ich hoffe mal, wir sind die einzigen, die da landen. Vorne ist er auf jeden Fall. Ja. Hier geht niemand mit. Nice. Erstmal looten. Aber irgendwie tut er mir schon leid. Okay, ich schaue mal, ob ich hier noch irgendwo Schild oder so finde. Sniper. Alter, hier liegen so viel Heavy-Pumps. Immer wenn ein Tag eine alte Waffe da ist, dann gibt es sie einfach überall. So, wo ist er jetzt? Immer noch da vorne. Hey, kann ich jetzt auch mal Schild finden, bitte? So, jetzt dürfte es nicht allzu schwer werden. So, noch mal einen Metz holen. Hey, der läuft weg. Komm her. Hinter mir ist Gegner. Ich merke das nicht. Hä, wo war der? Ja. Ja. Jooh, holum, jao. Bir git, jaa. Immer diese Fisch haben wir heute. Ja, ich bin tot. Mann! Hat der keine Hobbys, jung, hast du keine Hobbys oder was? Was denkst du dir? Einmal, zweimal streamst du in einem Reichen, okay? Was machst du die ganze Zeit? Wetten, du nimmst auf? Der ist gerade, der guckt. Nein, der schaut gerade zu. Der schaut gerade zu. Der schaut. 100 Prozent, wartet mal. Ich ruf den an. Alter, er hätte mich noch fast geholt, weil ich ihn no-scopen wollte. Warte, was? Hallo? Ey, was? Ja, was laberst du? Wie, was laberst du? Denkst du, ich bin dumm oder was? Denkst du, ich kenn die Summa schon nicht. Einmal, zweimal Reichen, warum machst du die ganze Zeit? Findest du es echt so schlimm? Ich dachte, wir sind bei Lewis, hast du dir was geschenkt? Du musst mir auch was schenken, okay? Du willst was geschenkt haben? Ja, dann ist okay. Ja, okay, komm, als Entschuldigung bekommst du was. Okay, was willst du haben? Ich will Hammudi haben. Was? Hammudi. Welche? Bigfoot. Ja. Ey, der Skin ist so hässlich. Nein, der ist geil. Hier, mit dir zu mir im Fall. Okay, warte. So. Welche Farbe willst du dein Geschenk? Äh, rot. Rot. So. So, hier dein Geschenk. Oh, danke. Also, ist wieder alles gut? Ja, alles gut. Also, das war es auch schon mit dem Video. Es hat auf jeden Fall perfekt geklappt. Genauso wie ich es mir erhofft habe. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und vielleicht nichts zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. So. Vielen Dank.